ja willkommen mein name ist aniel p und ich begrüße euch zurück zur let's play dragon world in der letzten folge haben wir den film sage ich mal kampf der gotter abgeschlossen die story davon und ja bild und wisst sind jetzt beide im zeitnest was man mal bild zu sagen hat wirklich also bist du bereit okay ich habe noch ganz schnell einen level up abgeholt ich habe ja nur so 1000 erfahrungspunkte die man auch gefehlt haben vielleicht natürlich wieder volle mehrere ein werde auf maximum haben und ja ich dachte nicht dass ich kämpfen müsste nun ich habe keine wahl sollen wir beginnen ja gegen die beiden müssen wir jetzt kämpfen genau dann rufe ich laut bild kann ja was werden gegen zwei von den zu kämpfen es ist eigentlich ich weiß da ist der mentor von bild aber was würden der rolle hat er eigentlich so auch in gottzeit zerstörung er war er folge gottzer zerstörung irgendwie so hat keine ahnung muss man bei super anfang zu kommen ich glaube im super wird irgendwie fast nur alles was battle of gods und rival of freezer irgendwie vorkamen so zusammengefasst wenn ich mich nicht irre jeweils kommen da viele clips vor die auch in battle of gods vorkommen ein test mit bild und wisst ja gleich gegen zwei wieso ein glasgewehr bin ich irgendwie ich tue zwar voll viel austeilen schade mäßig aber ich habe fast gar nichts aus warte bohren was das gotter zerstörungen meyeres war daneben muss zwangs games überhaupt mit ich hab so viele macht gar nichts ich kann ich den abgeworfen oder auch nicht war super weg bis gehen sie beide auf mich oh mein gott was mich weckt das ist leicht weg ab ist doch mal 4 4 4 war typisch zwei gegner ich habe keine chance bleibt da hinten ich hatte wenn die so eine rüstung irgendwie haben und ich angreife und das nix bringt so wie mir erscheint nein ich bin tot das hasst mich so wenn zwei gegner auf einmal bekämpfen muss das geht mir so auf die eier in dem spiel nochmals ganze mit lasst mich direkt vom kampf aus anfangen nicht wieder die katzen ja überspringen also wenn nur nur zwei sätze drei sätze jetzt muss ich die katze noch mal sehen hallo was ist denn das so jetzt kommen wir ja im schwang spreck nicht so schnell Boah, echt So, weg Okay, Bills gibt mir auch Vernerven mit seinem Angriff Das reicht Ach, fiss dich Ah Kommst du ihm als erster dran Wo ist das Wo ist das Wo ist das, ich habe mich umsonst Meine Keirkspersonen so aufgeballert Oh nein Ich habe sowas von gewusst, dass das passiert Alter, weg Denkst du immer noch da gewesen So, den Lärmstlöcher ledig, konnte ich lieber auf ein Bis gleich Hier auf der Stadt Wir sind unfair, das Kampfsystem habe ich so Für Vielleicht auch mal sein Ultimate eingesetzt Der Angriff ist doof, Trance Auch wenn ich gegen dich kämpfe Ist da angriff doof, weil du da lieber Betriffst So war der schon mal weg Hat trifft nie damit Hab ihn noch nie damit treffen gesehen, ehrlich gesagt Das wäre dann auch sein Ultimate die ganze Zeit So kämpft man halt als Passagen Und ich denke, häh Die ganze Zeit sein Ultimate Spam Würde ich auch machen, ist klar So gar nicht wissen, wie broken nuts online ist Ja, muss das Ich war einfach mal der Dings auf dem Jahr Und den So einfach, wenn man nicht zwei Gegner hat Kaum sind mehr als ein Gegner auf der Bildfläche, die auf dich losgehen, ist vorbei Ich bin nicht darauf ausgelegt, das Wir wissen ja, wie lange uns an den Kastchen sind Ich bin nicht auf der Bildfläche, die auf die Welt Ich bin nicht auf die Welt Ich kann mich nicht helfen, damit ich es nicht helfen kann. Dann, ich will den Weg. so putze ich die kleine ich bin der ganze arbeit macht hallo was machen wir jetzt die migra müsste jetzt nur übrig sein das heißt erstmal parallelquests wieder wachen er weiter zur zukunft ja werden oft kurz ich sage wir machen erstmal parallelquests wieder weiter weil ich möchte überstark sein wenn ich gegen die migra kämpfe so gucken wir mal was jetzt neues parallelquests mäßig ist oder ausschließungsmäßig da kann ich aus wie nachgucken da bin ich wahrscheinlich bei dem kampf gegen bilds ja trainieren weil der war irgendwie am einfachsten nur zum buch und das hat schon gott war ja hier sie will zum bristen woche mit drei drücken wo es zurück super trafen v ist nur ein gegner also das macht sinn wenn ich jetzt wieder zu drückt hier reingehen gehen die um euch mal ja er ist ja mein meister aber nehmen wir noch wo ist mit weil ich denke mal wir kämpfen gegen bilds noch wenn ich so erledigt habe also ja falls ich irgendwie eine bonus herausforderung schafft oder so sie ist von goku dann habe ich zeit 15 minuten ok da kann die leben so kurz sein weg 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 oder zwei beiden natürlich so macht man hat ich habe schon irgendwie so eine auflage gehört und auch ab was da und du bist ich gerade verhandelt man wer ist wieder voll geeilt war fangspiel mit gotings all over again und dann bei mir mal nachts kämpft das mal kurz weg gehen okay gut guckt bilds jetzt einfach zu wie wir hier wenn ich von goku kämpfen oder was na gut ich muss jetzt gegen mich kämpfen über deine energie oder so was das war ein toller kommt wenn ich ohio einfach wahrscheinlich wenn ich nur einen dabei gehabt hätte dann hätte ich ihn vielleicht mitnehmen können aber kann doch drei mitnehmen glaube ich aber du bist ein super seite kann ich auch das wollte ich gar nicht aber egal ach man oh man boah weil ich schon wieder in dem menü drin war ich hasse das dann was passiert was soll man auf jemand anderen ziehen er feiert die dinger nur auf mich ab komm her naja der ist für dich und wo man verdammt jetzt hier hat es also auch mal ebenso okay vorbei aber es wird ein gesicht passiert ist nichts bekommen online bekomme ich nie was online on screen wenn ich aufhebe wäre schon so habe ich noch gesehen es gibt mir zum moment wenn man sammeln kann das schafft man auch locker als fein und weg muss ja einfach die feinde ignorieren und die dreckens sammeln so macht man hat mein meister die ich einfach so passiert ja nicht also ja wenn ich einfach so passiert ja nicht also ja wenn ich einfach ganz schnell einsammeln sind in den häusern oder habe ich mal danke habe ich mal das haus war jetzt ruhig und weg damit und zur zeitmaschine Oh Gott! Oh. Wo? Wo? so schnell kann es gehen da bis zum nächsten part werde ich schon level 99 sein oder 100 keine ahnung was auch immer das maximum ist da war ein produktiver part 3d quest mäßig dann tun wir mal wieder attribute wussten noch weiter das ist ein maximum davon 99 oder 100 irgendwie sowas weil ich dachte irgendwann ab maximum er will erreichen und ich habe mich irgendwer hat wenigstens maximiert ein bisschen doof so haben wir haben glaube ich noch nicht so schnell gehen können ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht paar lege was haben wir noch ja alle irgendwann machen werden nachdem ich wie blöd gelevelt habe das schneller geht okay aber ich sagen ich bin die partie und wir sehen uns hat in der nächsten folge von let's play trinken box ich bleibe mich alle zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge